Grilli. Ich darf Herr Grilli sagen, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Ja, hallo Oliver. Heißt du, ne? So heiße ich. Gut, nicht vergessen. Tut gut, dich wiederzusehen hier im Pier 2. Letzte Show, die du hier gespielt hast, ist ja schon ein bisschen her. Hat sich ja die Creme de la Creme der deutschen Rockmusik hier die Türklinke in die Hand gegeben, um mit dir auf der Bühne zu stehen und um dich zu supporten. Markus Wiebusch war da von Kedgar, Thies Ullmann, Sebastian Matzen, sogar Murphy Gärtner von Bademoden mit Spitze. Ja. Und 2000 Leute standen vor der Bühne. Wie hat sich das angefühlt damals? Ja, das war natürlich super, ne? Also, wenn so viele Leute kommen, ich meine, so vom Feeling her für mich ist es halt eigentlich egal, wie viele Leute da sind. Also, da ist bei mir immer derbe on fire dann auch und liefe halt natürlich ab, ne? Also, es ist natürlich schon was anderes, wenn so viele Leute da sind, da wundert mich, was machen die alle hier? Mal gucken, wie viele Leute kommen. Also, hier wird ja niemand sein, aber vielleicht ja im Internet. Davon gehe ich mal aus. Ja, du hast dich irgendwann entschieden, nachdem du ein Label in Hamburg bekommen hast, beim Grand Hotel von Kleeve, hast du dich entschieden, deinen Job an den Nagel zu hängen und dich voll auf die Mucke zu konzentrieren. Ja. Eigentlich eine mutige Entscheidung. Ja, dann kam irgendwann Corona. Dann war die Entscheidung immer, stehst du da immer noch hinter dieser Entscheidung? Bist du noch voll dabei und kommst du gut durch die Zeit eigentlich? Ja, auf jeden Fall. Also, ich stehe da noch hinter und ich komme gut durch die Zeit und ich habe auch wirklich genug zu tun. Also, ich langweile mich nicht und mir geht es auch nicht schlecht. Also, natürlich ist das in keinster Weise irgendwie optimal, weil es wäre natürlich richtig geil, die ganze Zeit zu touren und so weiter. Aber das geht nun halt nicht und da bin ich jetzt ja nicht der Einzige, den das betrifft. Das betrifft ja eigentlich alle. Deswegen, nein, ich komme eigentlich noch so ganz gut zurecht. Finanziell auch alles am Start. Ja, ich hatte ja noch nie Geld eigentlich. Also, es hat sich insofern eigentlich nichts verändert. Also, meine Situation ist eigentlich gleich geblieben, zumindest von finanzieller Seite her, weil ich habe halt noch nie was gehabt. Also, insofern vielleicht, weiß ich nicht, war das vielleicht schlau mal gewesen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mutig und eine gute Entscheidung, finde ich. Danke. Ja, gerüchteweise hat man ja auch schon gehört, ja, letztens, als ich in den Fegesack in der Fußgeneration langgegangen bin, hat mir jemand erzählt, dass du an der neuen Platte arbeiten würdest. In den Fegesack wissen die Leute das immer als erstes, ne? Die sind da krass drauf. Die haben, in den Fegesack ist so, ja, das ist so ein, ja, so eine Drahtstrien-Gegend, so. Weißt du, da wissen immer alle Bescheid. Ich bin, ich arbeite an einer neuen Platte gerade, beziehungsweise fast fertig, die Arbeit da dran. Ja, das kann ich auf jeden Fall sagen. Da kann ich schon mal hart spoilern, ja, liebe ZuschauerInnen. Das wird eine gute Platte, aber ich weiß noch nicht, wann sie kommt. Das ist das Problem. Kannst du denn schon ein bisschen was verraten? Also, wird das balladesk oder wird das wieder dein berühmter, berüchtigter Stadionrock? Ja, also wer sich in meinem Oeuvre schon auskennt, wird sich sicherlich denken, dass das auch wieder eine Rockplatte wird. Also, ich weiß auch, was soll ich denn machen? Jazz oder was? Nee, das kann ich ja alles nicht. Ich kann ja nur das, was ich mache und sonst auch nichts. Und deswegen wird das genau das sein. Also, eine gute Rockplatte. Also, wirklich, ich weiß auch nicht, mal gucken, vielleicht, ob da noch Streicherarrangements oder sowas draufkommt. Das ist noch unklar. Aber würde ich sonst auch alles selber machen, einfach. Also, mache vieles alleine. Also, du kannst auch Geige spielen. Ich kann das nicht, aber ich würde es machen. Super. Ja, wir sind gespannt. Heute bist du ja wieder mit deinen Jungs am Start hier. Mit einer Begleitband. Ja. Bist du eigentlich ein harter Bandleader? Ach, nö. Also, eigentlich sind die mir ein bisschen auch egal. Also, wir haben halt ein Verhältnis, das sehr geschäftsmäßig ist. Also, die Band hat jetzt auch, ich glaube, seit Mitte Dezember alleine geprobt. Also, im Proberaum. Ich glaube, sie sind immer noch irgendwie am Gange. Also, es ist noch nicht so, ich weiß nicht, vielleicht kommen die auch zu spät oder sowas. Müssen wir mal gucken. Aber, also, ich habe dann auch nicht mitgemacht beim Proben. Also, ich muss halt auch nicht üben. Deswegen kann ich einfach, ich mache dann halt meine geschäftlichen, also Interviews muss ich halt viel machen gerade. Das ist klar. Also, ich habe jetzt, glaube ich, zwei oder das dritte Interview jetzt schon in dieser Woche. Also, das ist schon krass auch für mich. Und deswegen, da sollen die mal alles alleine machen. Also, die Band ist gut. Es sind Profis. Ich gebe auch immer dann Aufgaben. Also, dann sollen sie irgendwas proben. Ich verändere die Setliste jede Woche einmal, komplett. Und dann, dass sie was zu tun haben auch, dass sie sich nicht langweilen. Und wenn sie sich während der Show mal verspielen, also James Brown hat die Leute dann ja mal so angeranzt auf der Bühne. Machst du sowas auch? Also, kriegen die dann oder hinterher einen Schlag im Nacken oder? Ja, das sind interner. Also, da wird dann natürlich irgendwie gesagt, okay, diese Woche gibt es dann kein Mittagessen zum Beispiel oder sowas. Also, solche Sachen machen wir dann. Also, ich finde schon, da muss man auch hart sein. Also, wir haben auch schon viele Bandbesetzungswechsel gehabt auch oft. Also, sind viele Leute auch gegangen oder rausgeflogen. Ist es dann halt Jacke wie Hose. Also, die Leute, wir haben eine hohe Fluktuation hier. Das muss man auch wissen, wenn man bei Sejung spielen will, dass das schon auch jetzt kein Spaß ist. Verstehe. Dann, heute zur Show hier. Was können die Leute, auf was können sie sich freuen? Hast du irgendwas Besonderes geplant, wie ich dich kenne? Spielst du den Gig nicht einfach so runter, sondern wirst irgendwas Überraschendes für uns alle wieder auf der Pfanne haben? Ich habe eigentlich gar nichts geplant. Also, wir machen halt hier eine Flash-Show, so wie sie halt eben so ist. Das geht ja im Schlaf. Also, wir haben nichts geplant und wir werden das einfach so annehmen, wie es ist. Es ist natürlich, ich finde es ein bisschen schwierig, immer auch die ganze Zeit das Konzert zu nennen, weil eigentlich ist es für mich kein... Wir können keine Leute sehen, wir können sie nicht hören, wir können sie nicht riechen. Vielleicht können wir die Kameracrew riechen, das wäre vielleicht... Also, wäre ich dankbar, wenn die sich vielleicht nochmal Sport machen jetzt vorher vielleicht oder so und dann nicht duschen danach oder so, damit wir das Feeling wirklich bekommen. Weil wir werden schwitzen, definitiv, das ist normal. Wir verausgaben uns, besonders ich, ich bin da sehr körperlich. Und also, ich glaube schon, dass wir werden es irgendwie schaffen, hier was zu kreieren, hier mal einen Schal umbinden sollen, dass die Leute das auch wirklich fühlen können. Also, zumindest so ein bisschen. Du bist der erste Künstler, der hier ein spezielles Shirt für diesen Auftritt kreiert hat und den es im Grand Hotel Van Cleve Online-Shop zu bestellen gibt. Gibt es jetzt schon zu kaufen, ja. Ja, und ich habe gehört, es sind auch nur noch Restbestände da. Also, die Leute sollten schnell zuschlagen, oder? Ja, also das ist eine limitierte Auflage gewesen, das T-Shirt. Und, ja gut, ob wir uns das jetzt daran halten, das weiß ich jetzt nicht. Aber kauft sie auf jeden Fall schnell uns weg. Also, ich meine, es ist natürlich, also wir werden da jetzt nicht viel Geld mitverdienen oder so. Das ist eigentlich eher so ein Soli-Ding irgendwie für einen Künstler und für die Druckerei und so. Also, die T-Shirts sind relativ günstig. Da machen wir kein Reibach mit. Aber sie sehen halt gut aus. Und das ist, es ist halt ein Statement, dieses T-Shirt ist ein Statement. Es ist ein Streaming-Konzert-Gedächtnis-T-Shirt. Und, ja, ich weiß, ich habe, glaube ich, so etwas noch nicht gesehen. Vielleicht macht das nochmal jemand auch oder so. Vielleicht finden das auch alle saublöd. Also, mir ist es eigentlich egal. Ich finde, dass es sehr gut aussieht und es sehr kleidsam ist. Und es ist ein, ja, ein cooles Mode-Accessoire für uncoole Zeiten. Mit Stil vorangehen. Das kann ich bestätigen. Sieht wirklich top aus. Leute, guckt euch das Shirt an. Krilli, du musst dich jetzt vorbereiten. Oh ja, stimmt ja. Vielen Dank für das Gespräch. Und, Brock, die Bude heute Abend. Ja, danke, Oli Brock. Es war mal wieder eine Freude, mit dir zu sprechen. Nächstes Mal dann wieder per Skype. Super. Alles klar. Gut, bis dann. Tschüss. Ciao, bis später.